Hallo meine Freunde, ihr denkt euch bestimmt, was geht denn hier ab, warum diese abgefahrene Optik? Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen so das Raumschiff, in dem ich immer sitze und wollte euch heute einen Tipp verraten, einen Trick. Und zwar ist mir aufgefallen, dass doch viele, auch bei mir im Bekanntenkreis, jetzt durch dieses ganze Wahlthema, dass es diese runtergezogen hat. Vor allem auch so diese Schuld, die die in sich fühlen, hier jetzt unbedingt das Richtige tun zu müssen. Was auch immer das ist, meistens sind es ja Dinge, die andere denen eingeredet haben. Mich hat das einfach wirklich nicht betroffen. Ich habe zwar noch eine Sendung darüber gemacht mit dem Peter, aber an sich geht es mir echt gut. Das ist für mich total egal. Mein Leben ist verdammt cool. Und das hat natürlich auch einen Grund und einen dieser Tipps und Tricks, die ich immer anwende, damit es mir auch gut geht, den möchte ich euch heute mal zeigen. Und da habe ich mir jetzt gedacht, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser in Szene zu setzen, schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Was weiß ich schon, du bist schlau, so furchtbar schlau und ich bin dumm. Also was weiß ich schon noch, was ich weiß, dass ich auf dich scheiß, dass ich auf dich scheiß und es so geht's mir gut, einfach so. Weißt du, was ich weiß, dass ich auf dich scheiß und es so geht's mir gut, einfach so. Geht es mir so gut, ja, 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 ja. Was ich heute weiß, dass ich auf dich scheiß und es so geht's mir gut, einfach so gut geht's mir so gut, einfach so. Geht es mir so gut, ja, ja, ja. Was weiß ich auch, dass ich auf dich scheiß und es so geht's mir so gut, einfach so gut geht's mir so gut, einfach so. Du scheißt auf mich, und mir geht's gut am All, hey, hey. Ja, was ich hatte, was, lass ich auf die Chance. Und jetzt, dort geht's mir gut, geht es mir so gut, hey, hey. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschau.